Inmitten des Gedränges einer überfüllten U-Bahn steht Charles vor einem Dilemma, soll er eingreifen, um einer in Gefahr schwebenden Studentin zu helfen oder rechtzeitig zu einem entscheidenden Meeting zu kommen. Seine Wahl löst eine Folge unvorhersehbarer Ereignisse aus, die alle Erwartungen herausfordern. Später, als er vom Generaldirektor einbestellt wird, ist der junge Mann überrascht, als er seinen Posten als Manager verliert, den er hart erkämpft hat. Doch was sich daraufhin entfaltet, ist eine Handlung voller Wendungen, fesselnder Enthüllungen und wertvoller Lektionen. Charles fuhr mit der U-Bahn zur Arbeit An diesem besonderen Tag stand ein wichtiges Treffen bevor, das den Verlauf seiner Karriere verändern würde. Obwohl er immer ein eiliger und fokussierter junger Mann war, bemerkte er eine junge Studentin, die neben ihm stand und sichtlich beunruhigt war. Die junge Frau hieß Aurore, ihre ängstlichen Augen flehten still um Hilfe zwischen den Passagieren um sie herum. Trotz der beunruhigenden Situation begannen die Leute, sich von ihr zu entfernen und eine Distanz zwischen sie und den Mann zu schaffen, der sich an sie drängte. Als Charles die Ernsthaftigkeit der Situation erkannte, identifizierte er, dass der Mann nicht nur Aurore belästigte, sondern auch heimlich ein Messer hielt und sie mit beängstigenden Gästen bedrohte. Die Zeugen, von Angst überwältigt, bevorzugten es, sich von der Situation zu lösen und den Hilferuf zu ignorieren. Aber ohne zu zögern, beschloss der junge Mann einzugreifen. Er war sich bewusst, dass es gefährlich für alle sein könnte, wenn er versuchen würde, die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu ziehen, angesichts der Unvorhersehbarkeit seiner Reaktion. Also rief er zu Aurore, Liebes, lass uns hier aussteigen. Er sprach und zog sie sofort an den Händen, um sie von dort wegzubringen. Er tat so, als wäre er ihr Partner, und starrte den Mann fest an, während er leise zu Aurore sagte. Bleib an meiner Seite, wir steigen aus und informieren sofort die Polizei. Charles stieg mit Aurore an der nächsten Station aus, auch wenn es weit weg von seinem ursprünglichen Ziel war, um ihr zu helfen. Als sie aus der U-Bahn stiegen, versagten Aurores Beine, Tränen liefen über ihr Gesicht, und inmitten eines erleichterten Weinkrampfes sagte sie. Herr, vielen Dank, vielen Dank. Aurore war zutiefst gerührt von der unerwarteten Freundlichkeit des jungen Mannes, da ihm niemand geholfen hatte. Sie drückte ihre Dankbarkeit aus und versicherte, dass diese Geste niemals vergessen würde. Nachdem die Nervosität des angespannten Moments vorüber war, blieb Charles trotz der Möglichkeit, zu spät zur Arbeit zu kommen, an Aurores Seite, bis alles geklärt und sie sich beruhigt hatte. Es war entscheidend, schnell zu handeln und die Polizei zu informieren, um zu verhindern, dass der Angreifer weitere Opfer forderte. Als sie die Polizei alarmierten, reagierte diese prompt. Charles wandte sich mit Sorgfalt und Respekt an Aurore. Aurore, geht es dir gut? Brauchst du, dass ich ein Taxi für dich rufe? Ich muss jetzt gehen, da ich nicht zu spät zur Arbeit kommen kann. Sie antwortete, das ist nicht nötig, es geht mir gut, ich rufe selbst eins hier. Aurore fürchtete, dass sie dem jungen Mann, der vor ihrem Ziel ausgestiegen war, lästig sein könnte, und befürchtete, dass ihre Anwesenheit ihn noch mehr verzögern könnte. Charles verabschiedete sich und erkannte die Dringlichkeit seiner Situation, rannte los, um ein Taxi zu bekommen, um nicht noch weiter in Verzug zu geraten. Er wusste um die Bedeutung des Geschäftstreffens mit einem wichtigen Kunden, aber angesichts der Besonderheit und Sensibilität des Vorfalls vertraute er darauf, dass das Unternehmen die Ausnahmesituation seines verspäteten Eintreffens verstehen würde. Als er die Räumlichkeiten des Unternehmens erreichte, stellte Charles fest, dass sein Chef, der Geschäftsführer und der Kunde bereits den Besprechungsraum betreten hatten. Obwohl er nur 15 Minuten zu spät gekommen war, reichte dies aus, um von der Sitzung ausgeschlossen zu werden. Als er auf das Zimmer zuging, hielt ihn die Sekretärin mit bedauerndem Ton auf. Sie haben darum gebeten, dass sie nicht an der Sitzung teilnehmen, sie haben jemand anderen beauftragt, die Vereinbarung zu führen. Der junge Mann war zutiefst von der Situation betroffen. Er hatte sich lange und gründlich auf diesen entscheidenden Moment in seiner Karriere vorbereitet. Dieses Treffen würde ein Test sein, denn er war kürzlich zum Manager befördert worden. Dennoch erkannte er trotz der unerwarteten Wendung, dass, wenn er nicht in der U-Bahn gehandelt hätte, Aurore weiterhin in Gefahr gewesen wäre. Ohne Bedauern über seine Handlung war er entschlossen, den Ereignissen, die sich von nun an entfalten würden, ins Auge zu sehen. Später am Tag blieb Charles' Schicksal ungewiss. Dann erhielt er eine Einladung zu einem Treffen mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, Boris. Als er den Raum betrat, bemerkte er, dass die Atmosphäre angespannt war und Boris ihn scheinbar verärgert und ernsthaft empfing. Der Generaldirektor äußerte sein Misstrauen und sagte zu Charles, es scheint, als hätte ich einen Fehler gemacht, Ihnen eine so wichtige Position anzuvertrauen, bedauernd mit missbilligenden Gästen. Der junge Mann versuchte, die Situation zu erklären, indem er über die junge Studentin sprach, die er in der U-Bahn geholfen hatte, und erklärte, dass sie belästigt wurde und in Gefahr war, und dass dies der Grund für die Verspätung war. Boris hörte aufmerksam zu, antwortete jedoch kalt, wissen Sie, welche Opfer ich gebracht habe, um meinen derzeitigen Status zu erreichen? Er fuhr fort, sie kannten das Mädchen nicht einmal, wahrscheinlich würde jeder andere dasselbe an ihrer Stelle tun. Charles empfand Abscheu angesichts des Mitleidsmangels des Generaldirektors und antwortete kühn und mit fester Stimme, ich kannte das Mädchen nicht, aber sie könnte leicht jemand aus meiner Familie oder ihrer sein. In diesem Moment war sie völlig schutzlos. Ich werde nur mit den Konsequenzen davon umgehen, ich bereue es nicht. Der Generaldirektor, überrascht, konterte arrogant, es scheint, als ob sie kühn sind, aber sie richten ihre Energie auf die falschen Prioritäten. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, ihrem Kollegen die Position des Managers zu geben. Im Gegensatz zu ihnen war er für das Meeting vorbereitet, auch wenn es nicht für ihn bestimmt war. Die mangelnde Empathie und das Verständnis des Generaldirektors wurden offensichtlich, als er entschied, Charles einfach abzulehnen. Der junge Mann verließ den Raum mit einem Gefühl der Machtlosigkeit, aber irgendwie resigniert über die Konsequenzen seiner Entscheidung. Charles wurde aufgrund seines frühen Erfolgs im Unternehmen, seines selbstbewussten Auftretens und des kürzlich erhaltenen Angebots für die Managementposition oft als privilegierter junger Mann aus einer wohlhabenden Familie angesehen. Aber im Gegensatz zu den Annahmen war er ein fleißiger junger Mann, der seine Erfolge verdient hatte. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter hatte sein Vater sie verlassen, als seine jüngere Schwester noch im Mutterleib war. Schon früh fühlte Charles die Verantwortung, sich um sie zu kümmern, besonders als seine Mutter aufgrund von Durchblutungsproblemen starke Schmerzen im Bein bekam. Er wurde zum Brotverdiener der Familie, ein fleißiger, verantwortungsbewusster und beliebter Junge. Trotz des Gewichts der väterlichen Verlassenheit verwandelte Charles diese Erfahrung in etwas Positives, indem er sich genau entgegengesetzt zu dem verhielt, was sein Vater repräsentierte. Sein Verhalten in der O-Bahn bestätigte, dass er zu einem wahrhaft mutigen Mann geworden war. Als er nach Hause kam, waren seine Mutter und Schwester gespannt darauf, wie das Treffen gewesen war, auf das er sich so lange vorbereitet hatte. Als seine Mutter erfuhr, dass Charles seinen Managerposten verloren hatte, weil er einer jungen Frau in der U-Bahn geholfen hatte und deshalb zu spät kam, war ihre Reaktion geprägt von Verständnis und Stolz. Anstatt sich auf den Verlust des Jobs zu konzentrieren, lenkte Charles' Mutter ihre Aufmerksamkeit auf die bemerkenswerte Tat ihres Sohnes. Sie war sich bewusst, dass das Leben des Mädchens mehr wert war als jede berufliche Position und achtete darauf, dem Arbeitsunfall keine Bedeutung beizumessen. Voller Lob drückte sie ihren Stolz auf den Charakter ihres Sohnes aus. Mit Entschlossenheit sagte sie, Mein Sohn, du hast das Richtige getan. Das Leben dieses Mädchens ist viel mehr wert als ein Job. Berufliche Chancen können wir wieder bekommen, aber das Leben eines Menschen ist unwiderruflich. Charles' Mutter betonte die Bedeutung menschlicher Werte gegenüber beruflichen Erfolgen und machte deutlich, dass die Entscheidung ihres Sohnes für sie ein Grund zum Stolz war. Dies entfachte die Entschlossenheit im Herzen des Jungen und verstärkte seinen Willen, weiterhin nach dem Managerposten zu streben. Er war nicht bereit aufzugeben, er wurde angetrieben von dem Wunsch, das Beste für die Frauen zu erreichen, die so viel für ihn bedeuteten. Es war spät in der Nacht, und Charles war vertieft in sein Lesen, bevor er einschlief. Plötzlich ertönte sein Handy mit einem Benachrichtigungssignal, das eine E-Mail von Boris, dem Generaldirektor des Unternehmens, anzeigte. Die Nachricht war in Großbuchstaben verfasst und drückte eine spürbare Dringlichkeit aus. Kommen Sie morgen früh gleich zu Beginn des Tages in mein Büro für ein Gespräch. Der bestimmte Ton und die Einfachheit der Nachricht ließen den Jungen neugierig und unruhig zurück, als er sich auf das vorbereitete, was am nächsten Tag kommen würde. Charles konnte kaum schlafen, in der Furcht vor dem Schlimmsten aufgrund von Boris, verhalten am Vortag. Als er das Büro des Direktors betrat, sah er ihn dort sitzen, mit einem ungewöhnlichen Gesichtsausdruck. Er grüßte ihn und setzte sich, bereit, all seine Wertschätzung für die Arbeit und Hingabe auszudrücken, die er in das Unternehmen gesteckt hatte. Boris begann das Gespräch, Schau, Junge, ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll. Aber gestern war die junge Frau, die du in der U-Bahn gerettet hast, tatsächlich ein Familienmitglied von mir. Die Enthüllung traf Charles unvorbereitet, und er konnte seinen schockierten Ausdruck nicht verbergen. Die Begegnung war außergewöhnlich, und er fragte sich, wie eng Aurore mit dem Direktor Boris verwandt war. Boris fuhr fort, Aurore ist meine jüngste Tochter. Entschuldigen Sie meine Unwissenheit, aber ich möchte Ihnen von Herzen für Ihre Geste danken. Charles war immer noch geschockt und konnte in diesem Moment kaum Worte finden. Der Geschäftsführer erklärte weiter die Ereignisse, dieses speziellen Tages, an dem er sein persönliches Handy lange Zeit nicht überprüft hatte. Am Ende des Tages sah er Dutzende von unbeantworteten Anrufen seiner Tochter Aurore. Verwundert suchte er sie sofort auf, als er nach Hause kam. Das junge Mädchen war tief erschüttert im Bett und teilte all die Qualen mit, die sie an diesem Tag in der U-Bahn erlebt hatte. Der Belästiger verfolgte sie schon seit einiger Zeit und sie konnte ihn nicht abschütteln. Aurore versuchte verzweifelt, ihren Vater anzurufen, weil sie noch in der Nähe ihres Zuhauses war, aber er antwortete nicht. Als sie in die U-Bahn stieg, um den Belästiger abzuschütteln, fand er sie. Für Boris war es ein Schock zu erfahren, dass seine Tochter in einem so verwundbaren Moment war und er hatte die Anrufe noch nicht gesehen. Aurore enthüllte zwischen Tränen, dass ein Fremder namens Charles ihr geholfen hatte, als alle anderen um sie herum Hilfe verweigerten. Er erzählte, wie Ungläubigkeit ihn ergriff, als er sich an Charles' Worte erinnerte. Mit dem Gewicht der Reue beladen, wurde Boris von der Kälte seiner eigenen Handlungen erfasst, als er erkannte, dass er keine Empathie gezeigt hatte, als es notwendig war, ohne zu ahnen, dass es seine eigene Tochter war, die in Gefahr war. Boris, von der Enthüllung über seine Tochter gerührt, fuhr fort, ich schulde dir etwas, junger Mann. Du hast meine Perspektive auf die Dinge verändert. Der junge Mann fuhr fort, ich habe eine jüngere Schwester, und allein die Vorstellung, dass er so etwas passiert, macht mich traurig. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr erschüttert warst. Der Geschäftsführer lächelte und seine Wertschätzung für die Großzügigkeit und Freundlichkeit des jungen Mannes wuchs. Er war nicht nur von Charles' Charakter beeindruckt, sondern auch von seiner Entschlossenheit und Tapferkeit. Nachdem Boris Charles' Fähigkeiten gelobt hatte, überraschte er ihn mit einem noch bedeutsameren Angebot. Charles, ich habe deine Entwicklung im Unternehmen verfolgt und besonders deine mutige Tat in der U-Bahn. Ich bin nicht nur von deiner Arbeitsmoral beeindruckt, sondern auch von deiner Integrität und deiner Fähigkeit, in herausfordernden Situationen zu handeln. Boris machte eine kurze Pause, bevor er sein Angebot offenbarte. Ich bin bereit, dir eine noch bessere Gelegenheit anzubieten. Ich möchte, dass du die Position eines Managers für einen deutlich erweiterten Bereich übernimmst, im Vergleich zu dem, was wir zuvor besprochen haben. Ich glaube, du bist bereit, ein Team in einem größeren Rahmen zu führen. Charles, begeistert von der Nachricht, drückte seine Freude aus. Boris, das ist unglaublich. Ich habe immer davon geträumt, Teil von so etwas zu sein. Ich bin sehr glücklich und werde mich mit vollem Einsatz dafür einsetzen, den Erfolg dieses Teams sicherzustellen und zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Die Szene spielte sich ab, indem Charles eine Gelegenheit annahm, die seine Erwartungen übertraf und nun einen Bereich mit größerer Reichweite und Einfluss innerhalb der Organisation leitete. Die Enthüllung, dass Aurore die Tochter von Boris war, brachte eine kraftvolle Reflexion über die Bedeutung von Empathie und Verständnis in menschlichen Beziehungen. Danach tauchte Charles kopfüber in seine neue Position ein, leitete mit Hingabe und Leidenschaft. Im Laufe der Zeit erwies er sich als herausragender Führer, der sein Team führte und den Erfolg des von ihm geleiteten Bereichs vorantrieb. Das Unternehmen blühte mit der positiven Energie, die der junge Mann mitbrachte, auf und sein Ruf als kompetenter und ethischer Führer festigte sich. Die Geschichte unterstreicht die Bedeutung, auch in schwierigen Situationen und Entscheidungen mit Integrität zu handeln. Seine mutige Tat in der U-Bahn rettete nicht nur ein Leben, sondern öffnete auch Türen für unerwartete Karrieremöglichkeiten. Manchmal liegt wahre Größe nicht nur in Titeln und herausragenden Positionen, sondern in der Fähigkeit, das Richtige zu tun. Charles' Reise ist eine Erinnerung daran, dass Mut und Integrität nicht nur die Karriere, sondern auch den Charakter einer Person formen können. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.